Jeden Herbst wird die Küste der westjapanischen 4.000 Einwohner Stadt Kaiji Schauplatz eines blutigen Masse an. Viele Kümmler, kleine Wale und andere Meeressäuger werden vom September bis April zu Hunderten von Fischern vom offenen Meer in mit abgestellten Buchen getrieben, wo sie ihrem Schicksal nicht entkommen können. Die Jagd beginnt während der sechsmonatigen Saison täglich im Morgengrauen. Dort werden die Schönsten von ihnen für Delfinarien ausgewählt und sie werden Marinepark. Jeden Herbst! Jeden Herbst! Jeden Herbst!